... ... ... ... ... ... ... ... Ich will jetzt wenigstens schon etwas beformten, erzählen. Warum? Ja, weil die mir sonst entweder die Kamera feststellen oder das Umreden. Und die Stühle sind eigentlich auch so aufgestellt, dass es Sinn hat. Aber die verstehen auch nicht. Und es sind immer die, die am Kopf herkommen. Und dann ist nur noch der Platz, der natürlich gut aussah, auch weil der für mich frei bleiben soll. Oh, schau her, ich bin schon etwas zu spät, da ist trotzdem noch Platz. Hallo? Und dann erzählt er mir, er hat Eintritt gezahlt. Wo war es da so? Da war schon nie ein Platz. Bei dem Spät. Aber gerade meint, weil er Eintritt gezahlt hat. Jetzt sind die Fortschritte gewesen. Entschuldigung. Ja. Dann müssen wir mal... Ja. Ein Aufsteuerwand. Ja. Ein Aufsteuerwand. Ja. Kann man doch im Internet bestellen. Ein Aufsteuer. Ein Aufsteuer. Von dir selbst. Ein Aufsteuer. Im Lebensstil. Wie immer vor Kinos stehen. Ja. Oder dann natürlich gleich mit einer. Terminator-Botschaft. Ja. Ja. Aber für mich. Das ist so. Ja. Ja. Weil ich irgendwann... Vielen Dank. 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 Yes. Yes.